so hallo auch bei mir und ich bin mit deutschland gegen man city ja und ich muss man schauen ich muss man sagen gleich leiser machen welche liga oder was schon ein liga 3 immer noch schade und dann falls die leute die sich die nur das video anschauen falls sie sich fragen wieso dieses video so eine schlechte qualität im vergleich zu anderen extrem gerade deswegen ich ich nehme es gerade während dem stream auf supergeil es ist supergeil verarscht scheiße so jetzt muss ich erstmal kurz meinen sound leiser machen so jetzt wählen der Ginter als rechts verteidiger und der Mustafio und der Hummels sind innen verteidiger wir wollen es ist die beste verteidigung von deutschland ja Deutschland der einst woß vor allem dann wird er die beste diese gar nicht dabei aber das war letztlich vor allem vor Ort hängen hoffen haben nach der dritte es geht wieder los Eier die Flügel Hector Elb das ist eigentlich und ich darf sie nicht man schießen auf der Linie hol ich den raus und ich sagte um sie sich richtig krass werden rausgeholt dass er jetzt wird gesagt hätte ich mich da hingestellt er hat da oben fünf Meter die Luft er hätte es kurz eine Flasche Red Bull getrunken da wirst du abgehoben dafür dass ich das gesagt habe kriege ich 100 Euro sind die irgendwie so voll weit aufgerutscht oder kommt mir das nur so vor kann sein bitte was eine Flanke wunderschöne was war das hallo wie war das sag nochmal was du gerade gesagt hast wunderschöne Flanke herrlich gut richtig gut geplant und ausgeführt alles so gewollt alles so gewollt ja sie die junge oh der ist drin was ist das denn wir dürfen einfach nicht führen wir haben in Liga 3 noch kein Spiel gewonnen zwei zwei ich wollte gerade sagen zwei Siege äh zwei Unentschieden und zwei Niederlagen wir sind hier die Standort Mannschaften immer ähm Man City, Barcelona, PSG und Real Madrid und Bayern und Leicester in letzter Zeit ja das stimmt auch genau und wie heißt die andere Juventus das lässt es sich nicht nehmen das lässt es sich nicht nehmen scheiße wo gabelst du eigentlich die schlechten Witze auf? hä? wo gabelst du die schlechten Witze auf? weiß ich nicht ich wollte irgendeine Witze mit einer Gabel machen aber mir ist nicht reingefallen auf jeden Fall scheiße ach lol der Ginter ist voll kacke als Rechtsverteidiger ja ist das der beste Rechtsverteidiger ja? doch schon hat keinen besseren Rechtsverteidiger ach bei mir wird der Neuer da spielen und im Tor wird der Ginter spielen da hält der auch gut ne im Tor wird der Lahm spielen mit seiner Größe pass oben oder unten doch abseits Neutschland Neutschland ach du kacke ach schau da wird aufkalt da wird aufkalt da wird aufkalt da wird aufkalt Entschuldigung Müller Herrlich schade muss man grad was nachgucken ne deswegen tapp ich grad mal aus dem Spiel raus während der Aufnahme ja kennt man nicht von mir tut mir leid so mach ich das mal den TS ein bisschen lauter so ist jetzt wieder im Vollbild ich hab gerade Windows Sound von dir gehört aber das wird auch direkt bestraft oh Himmels Willen eh alles doch deine Schuld wegen dir werden wir das Spiel verlieren pass auf pass auf ich drück dir noch 2 Tore mit Ankündigung ok kann auch sein kann auch sein erst in der nächsten Folge passieren oder im nächsten Leben aber irgendwann musst du dir noch 2 Tore war das so gewollt ja natürlich war das so gewollt das auch das natürlich auch schick mal Müller unten oder unten oder oder mach selber ach stane Mann kacke hey wie der mich aufhält ach mein city ex-mannschaft ach 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 du bist da du bist da ja ja guck mal was ein Traumpass auf Götze ach herrlich herrlich wo lebt der Deutschland ne eigentlich umgenutzt sein in München aber ist in Deutschland ja ne München ist in Bayern Bayern könnte nicht so Deutschland Bayern ist Bayern auch der glanz oder der kriegt den bestimmt noch ja war klar Ah, guck mal an, wie Neuer da noch hinspringt, äh, dieses Alibi-Springen, ich versuch's! Ey, aber ich muss sagen, die Parade vor Neuer, grad die Animation hab ich in dem Spiel bis jetzt noch nicht gesehen, ja? Das erste Mal, dass ich diese Animation hier beobachte. Wir sehen hier eine intoerhüllte Animation in ihrer freien Wildbahn. Das ist einfach... Vierfach. Ne, ne, du musst einfach mit einer Mannschaft spielen, die auf jeder Position halbwegs gut besetzt ist. Dann klappt das auch. Bremen. Oder Föl. Oder den, äh, ich hab noch... Die sind nur halbwegs gut besetzt, ja? Oh, ich seh, egal, wir haben nur eine Halbzeit, das ist easy. Ach, Gott! Der Freistoß, aber dem, wenn ich den nicht schießen darf, dann ist aber die Hölle los. Ne, den, den müsstest du theoretisch du haben. Aber das Müller da nicht reinrutscht, ey, das wär ein Tor gewesen. Das ist ein Witz! Ey. Ja, pfff. Alter. Ich wollt's nicht direkt machen, ne? Nächste mal einfach direkt machen, ne? Wunderschön. Was? Da kommt der, da kommt der Core wieder dann. Ego. Wenn das nicht... Ne? Ball war. Dann ist aber... ein Fierg auch kein rundes... Na gut. Alles klar. Ah, jetzt gib doch den Ball her. Zack. Jetzt aber raus. Warte. Schön. Zack. Boah, wart ein Pass vom Kurs, ne? Abpfiff. War der gar nicht. Hä? What? Ach du Scheiße. Alter. Der ist quasi durch den Ball durchgelaufen, ne? Wo lebe ich hier? Deutschland. Deutschland. Deutschland, Deutschland. Statt. Einigkeit und Recht und Freiheit. Über alles. Neuer. Super. Muss ich im Nachhinein rausschneiden. Wunderschöner Abwurf von Neuer. Bilderbuchabwurf. Wie aus dem Lehrbuch. Was nennt der Aborturierend antizipieren? Ey, ich hab doch schon vorher gepasst, ey. Oh. Ach, der Özil. Alter. Was macht ein Neuer da schon wieder? Pfff. Komm schon. Jetzt müssen wir uns nen Arsch aufreusen. Hahahaha. Ach du Scheiße. Den hab ich jetzt erst verstanden. Hahahaha. Jawoll. Süß, der hat funktioniert. Toi, 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 toi. Das war alles nur wegen nem Spruch. Er ist mir grad spontan eingefallen. Ich fand den lustig. Ne. Ne. Ich lach nicht. Der ist drin. Ne. Den hab ich Neuer. Ach Neuer, nicht ich. Hä? Wat? Alles klar, wahrscheinlich oder? Braakdance all on the floor, Braakdance all on the floor. Braakdance all on the floor. Braakdance all on the floor. Ah, der Reus rennt dem Sabaletta weg. Ja, mit dem Arsch aufreusen. Aber der ist noch zu schnell für den Müller. Ah, jetzt ist er da. Hey! Ich meinte den Sabaletta. Boah. Hä, was hat das für ne Aktion jetzt? Hä? Hä? Nix gemacht. Nix. Nix hast du gemacht. So, erstmal auswechseln. Geh'n Tor. Ähm. Ich muss gleich mal was trinken, ey. Was trinken, was trinken. Ich muss gleich mal ein bisschen water trinken, ey. Ich, ja. Ich wollt grad sagen, na dann, drink water. Ja. Ah, steht ja auch hier. Ah. Geht's schon weiter? Nö. Jetzt geht's weiter. Ah, jetzt geht's weiter. Ich war der Letzter, ey. Mann, wieso geht's nicht weiter, ey. Könnt' ich ja nicht drüber. Ich war der Letzter. Naja. Naja. Weißt du, ich krieg immer... Hä? Ey, du kannst diese ganzen Fail-Videos von FIFA 16, oder? Hä? Äh, genau sowas, ey. Das könnte man theoretisch einschicken. Das mach ich, glaub ich. Ah, mit mir ist sowas noch nie passiert, ey. Hä? Boah. Ach, du Kacke. Die gönnen einfach allen keinen Sieg. Das ist... Die verricken mich. Aber ganz ehrlich, da können wir jetzt wirklich nichts dafür, ja? Ja. Also, mal ehrlich. Der hält den wieder nicht. Und jetzt kriegt der auch noch rot. Noch nicht. Ah, ich krieg mich nicht mehr. Jawoll, lass dir Zeit. Warte, bis er im Upside steht. Groß. Groß gemacht. Großartig. Pass. Nicht. 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 Ja, ich hab den unten nicht gesehen. Ich war grad zu fokussiert. Guck, sowas passiert, wenn ich pass. Bats. Das machen wir noch. Er passt auf sich selber. Jawoll. Ei, was? Abseits. Ne. Das kann's nicht sein, ne? Alles klar, mach den mit der Brust. Du hast ne Stahlbrust. Ach, du Kacke. Abseits. Dankeschön. Jetzt. Jetzt ist neuer wach. Ne, nach dem Floor ist der wach. Ey, Müller. Müller. Müller mal schmeißen. Was macht der denn? Schlecht... Schlechtfass. Reus! 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 Danke! Danke! Dankeschön! Alter! Komm, das holen wir noch, das holen wir noch. Natürlich holen wir das noch. Ich glaub da dran. Das ist easy. Aber das Reus da am Anfang schon wieder daneben schießt, ne? Oh, neuer... Oh, Glanzparade! Boah, Neuer, der ist ja echt wach. Achtung! Ah, Himmels Willen! Manuil! Neuer! Und 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 und. Ja, ich seh ihn... ist aber der passt nicht, der passt nicht! Müller hat geblieben, jawoll! Ey! 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 Kommt, komm, 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 komm! Aber uns geht natürlich nicht rein, bei uns wär der reingegangen, ne? Özil! Ich renne nach unten, mit dem Schürrle. Guck mal, guck mal, ob ein neuer steht, ey. Gunnogon, der ist frisch. Frischkäse. Ja. Ah! Ah, der kriegt den nicht! Natürlich geht Müller mit dem Kopf ran, ey. Ach, der geht rein. Ach, der Mistoffi ist da, ne? Manuel! Komm schon! Oh, Mann! Ah, fuck! Das ist einfach die Scheißabwehr von Deutschland! Ey, die kann gar nichts! Ey, jetzt... Jetzt, wo Lahm und Mertesacker weg sind, ne? Ohne Lahm und Mertesacker... Und weil Boateng verletzt. Wäre Boateng noch da, dann wäre das was anderes. Ja. Aber der Mustafi, der Ginter und die anderen... Ach, du Scheiße. ...Käßköpereien, ey, die können gar nichts. Lol! Hä? Ja, klar. Freistoß für uns. Entschuldigung. Ja! Endlich! Pass. Bist du groß raus? Ja! Sehr schön. Immerhin. Immerhin. Toni! Schubacher! Ich hab grad gedacht, Alter, wie stark schießt du? Ja, ich wollte den richtig reinballern, ey. Ja, das Spiel hat mich jetzt richtig sauer gemacht. Wir verlieren wegen diesem Backtor, ne? Ja, die lassen sich jetzt Zeit. Ja, die spielen's auf Zeit, ne? Ja. Hab ich. Den hol ich mir. Ach, Quatt! Ey, ohne Spaß, was für... Das ist der Penner. Der wird passen, oder, Bro? Boah, der haut den einfach noch vorne zum Bein. Oh, ohne Spaß, ich hasse solche Leute, ne? Ach, die Junge haben die ja so nötig. Wow. Weißt du, und dann haben die noch immer noch Glück, dass der genau auf den Mann fällt, ne? Alles klar. Ah, ja. Klar. Gegenfuß und landet wieder genau bei dem. Ah! Drecksgame. Mensch, 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 Mensch. Was ein geiles Spiel. Das war einfach kacke, was das. Ja, das sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Es ist... Es kann nur... Es kann nur besser werden, ja? Sagen wir's so. Ja. Bis der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.